Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch dieses Handbuch für kreative Minecraft-Officiere-Produkte von Mojang. Und wir gehen gucken, was wir haben da. Einreitung, wir haben Inhalt. So, das ist so cool. Das macht Spaß. So, wir haben hier Fragen, wie sieht das alles aus. Gucken, ob das Gute ist. So, wir haben das alles. Ich habe dieses Haus gemacht. Ich zeige euch in einem Video. Und wir gehen auch dekorieren. Das ist geil. Da haben wir vier Dekorationen. Creeper, Alter. Das ist Computer. Das ist Flügel. Das ist Standort. Das ist Esel. Das ist Sofa. Das ist Kamin. Das ist DJ-Anwagen. Das ist Regal. Das ist Geril. Das ist Badezimmer. Da ist Bad. Ich weiß nicht, was alles ist. Aber das ist Fenster. Das ist Bär-Tisch. Das ist Kleiner-Tisch. Das ist Familien-Tisch. Das ist Tennis-Tisch. Oder Tischtennis. Das ist Stockbett. Das ist Blumenkästen. Das ist Kühlschrank. Das ist Herd. Das ist Himmelbett. Das ist Himmelbett. Das ist Kleinschrank. Und das ist Tafel. Wir haben da vier Dekorationen. Wir haben da Mauern. Wir haben da diese großen Schrauben. Ja, so Leute. Das ist alles für dieses Buch. Und tschüss Leute. Dieses Buch hat ja vielleicht Spaß gemacht. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Tschüss Leute.